Vor und nach den Wahlen Also diesmal muss alles ganz anders werden. Diesmal endgültiger Originalfriede auf Erden. Diesmal Aufbau, Abbau und Demokratie. Diesmal die Herrschaft des arbeitenden Volkes wie noch nie. Diesmal. Und mit ernsten Gesichtern sagen Propheten prophetische Sachen. Was meinen sie, werden die deutschen Wahlen im Ausland für Eindruck machen? Und sie verkünden aus Bärten und unter deutschen Brillen wegen Nicht-Kieken-Könnens den höchstwahrscheinlichen Volkeswillen. Die Wahlen ergeben diesmal einen Ruck nach links. Sprechen wird aus der Urne die große Sphinx. So. Diesmal werden sie nach den Wahlen den Reichstag betreten. Diesmal werden sie zum heiligen Kompromisius beten. Diesmal erscheinen die ältesten Greise mit Podagra. Denn wenn die Wahlen vorbei sein werden, sind sie alle wieder da. Diesmal. Und mit ernsten Gesichtern werden sie unter langem Parlamentieren wirklich einen Ruck nach links konstatieren. Damit es aber kein Unglück gibt in der himmlischsten der Welten und damit sich die Richter nicht am Zug der Freiheit erkälten und überhaupt zur Rettung des deutsch-katholisch-industriellen Junker-Geschlechts, machen nach den Wahlen alle Parteien einen Ruck nach rechts. Auf diese Weise geht in dem Deutschen Reichstagshaus alle Gewalt nebbig vom Volke aus. ... ... ... Vielen Dank.